Hey Leute, jetzt hier die Auflösung vom Gewinnspiel, was ihr hart erwartet habt, aber zuerst Intro ab! Hallo und herzlich willkommen zu der Auflösung des Gewinnspiels. Ja, ich bin auch hier. Und wir haben hier alle regelkonformen Kommentarverfasser aufgeschrieben. Ja, es sind... ...123. Jetzt könnt ihr ja noch sehen. Also... ...123, also alle, die die Kommentare regelkonform geschrieben haben. Die haben alle abonniert, also die haben auf jeden Fall alle abonniert. Und die haben alle noch einen Kommentar geschrieben. Gut, aber bevor wir Auflösung machen, möchte ich nur sagen, zu 200 Abonnenten kommt noch ein Special. Ähm, es ist so eine Art Verlosung. Auf jeden Fall kann man bei den 200 Abonnenten Special auch ein Optifine Cape gewinnen. Nur halt auf einer bissl anderen Art. Aber das werdet ihr schon sehen, wenn es dafür Zeit ist. Wir werden jetzt schon anfangen, das aufzubauen. Das heißt, es gibt dann nicht nur ein Optifine Cape zu gewinnen. Es gibt drei Sachen 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 zu gewinnen. Aber bis dorthin, lassen wir euch noch im Dunkeln tappen. Okay, war das gerade schwul gesagt. Egal. Ich würde sagen, wir beginnen. Ja, ich nehme hier einfach mal random.org. Hey, ich würde machen. Okay, wir gehen auf die Seite random.org. Und? Generate. Traumlebelt. Die Nummer 52 hat gewonnen. Wer wird das wohl sein? Guck mir mal. Also mal herzlichen Glückwunsch an die Nummer 52. Ja, wer ist die Nummer 52? Und XL 162, die Nummer 52. XL 162, du hast gewonnen. Du hast also herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast den Optifine Cape gewonnen. Meldet dich bitte bei uns bei Skype. Wir schreiben jetzt mal eine PN. Nur, dass ihr glaubt, dass wir uns... Ja, die 52 solltest du vielleicht weg. So. Das schreiben wir Ihnen. Oh, wie, die können wir noch nicht sagen. Aber wenn wir so wissen, was ist? Ja. So, das haben wir jetzt gesendet. Sehr schön. Und das war's eigentlich schon. Äh, auf jeden Fall kenne ich auf die 200 Abonnenten. Das wäre das richtig großes. Ja, das wäre also nicht nur so eine kleine Verlogen. Da geht's um was. Da geht's um was echtes. Ja. Und ja, ich hoffe ihr bleibt dran. Es wäre halt schade, wenn jetzt wirklich viele Leute deabonnieren würden. Aber ja, wir wollen eigentlich gar nicht solche Abonnenten, die jetzt nur wegen Gewinnspiel dran bleiben. Ja. Also, na egal. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und herzlichen Glückwunsch. Für den anderen Gewinner. Ja. Weil. Ja.